Servus, Moin Moin, da sind wir mal wieder wie versprochen hier heute unser Multiplayer-Special zu Sendung 9. Ja, 9. Ja, Modern Warfare 3, wir zocken den Spec-Ups-Monus und nicht die langweilige Mission, sondern den Survival-Monus sehr neu ist. Und wir haben schon ein bisschen angefangen, sind Level 3 und 4. Wir haben es aber beide für die PS3, da sind wir schon ein bisschen höher, von daher ist das jetzt nicht relevant. Also wir kennen uns tiptop aus und jetzt zocken mal in PC-Version und denken, boah, die ist ja viel geiler und so. Ja, voll. Nichts. Ja, nochmal so an den bei, wir möchten uns diese Runde gerne an unseren verstorbenen Kameramann nochmals widmen. Ja, Dieter. Dieter, du bist bei uns und gibst es gut. Okay, dann starte ich jetzt. Ja, du hast Spaß, ne? Ja, ich merke schon. Ach, ja. So, direkt die erste Map, die meisten sagen dann jetzt, boah, ist voll langweilig, die erste Map. Ist egal. Ob sie haben Spaß. Oh, ging aber schnell mit dem Laden, grad haben wir so lange gebraucht. Ja, ganz lange, ja gut, da haben wir auch ein Grab gehabt, ne? Was haben wir? Die Grafik war doch anders, ne? Ja, und? Ob sie die Auflösung macht da irgendwas anders? Ich fände auch, okay, das war nicht. Ja, ich fände auch. Den Call of Duty sieht eigentlich immer scheiße aus. Im Vergleich zu anderen aktuellen Spielen. Oh, das ist nur meine Meinung. Oh, Gott. Thomas, ich hab keine Mutli mehr. Aha. Also für die Schotten. Weapons Armourie ist online. Ammo und Weapons Upgrades are available. Da-da-da-da. Hat er gesagt, Hammer NB-Kipps-Upwinds? Ja. Äh, ich kenne es auch gar nicht. Ich kenne es auch gar nicht, deswegen habe ich wahrscheinlich eine Scheiße. War nach Plan. Auf NL5 wieder, ey, ganz serious. Ich hab keine NL5, ich kenne es auch gar nicht NL5. Du hast Unbound. So ready up. Unbound? Ja. Ich bin mir die, äh, das hast du nicht angestellt, hab ich dich. Ich hab die auch nicht hingestellt. Ah, ja. Was soll ich? Mach das. Naja, Large Enemy Force inhale aufама Laud an deine Zeit! Mach das nicht einfach voll oben! Player universal! Im das und dass. Wo sind sie denn? Ach, die kommen von außen! so langweilig was muss er machen dann machen wir dich hat sich doch einer versteckt ich habe einfach noch nicht gesehen Thomas liegt weiter, komm wir haben keine Zeit hast du zufällig einen Timer angemacht? Nein ich mach mal eben bevor wir gleich 8 Stunden spielen und wir haben halt ein stündiges Multiplayer-Speaklaunch da hat sowieso keiner guckt ja, ist egal ist egal, ich guck's Upload, Mann aber wenn wir die Fernseher von Upload äh, gelten würden, dann machen wir das super so, ich mach jetzt mal 30 Stunden äh, 30 Minuten ein ja, weiß ich schon wieso steht der nicht, ach der ist schon tot oh, hallo, hallo ja, nein ja, nein mit meiner Stroblinte ich guck dir jetzt mit seiner Stroblinte an Hi, ich bin Thomas hey Oh, Schanwelle 3 Na komm, der Pack-Ausmodus ist ja besser als das letzte Spiel viel viel also von daher es gab ja heute auch einen tollen Kommentar ähm, wo Robert Bowling meinte, ähm das Waffen, äh äh balancing unmöglich sein und deswegen auch keine und deswegen auch keine ja, und deswegen nichts mehr machen das war nie geschissen was hier schießt noch nicht was ist er denn wie wird hängt das bei dir auch kurz? oh, dann läuft das wahrscheinlich, wenn Craps einen neuen Park macht dann hängt das immer noch kurz Hallo? Hallo? Ich komme! Ich bin gleich da in 3 Minuten Nicht weiterlaufen ich wollte meine Waffe enden da fest Nein, ich war auch eine MP- Ja Danke Toll Thomas hat schon in die ganze Munition geklaut Mann, Mann, Thomas ich bin mal ready hier, ey, was los? Mach ich doch Wo denn? So, A5 und so drücke ich gar nichts, geht nicht Unbound Ja, der macht das doch mal eben fällig Ich weiß nicht, welches Unbound das ist Ich hab viele Unbound Ja, Unbound heißt, ist nicht äh definiert Ach, wirklich? Ja, ähm Ich hab mehrere Tasten, die nicht verheben sind bei mehreren Optionen Ja, das ist kein Kürz S忍 Kann doch nicht die tollen Kamikaze Typen sein Die nur am lustigsten Ich helfe alle nur zum Thomas Ich helfe alle nur zum Thomas Ja, das ist nicht Ach, 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 ach so also schon diese tollen kostenlosen 8x-fostlosen, äh, exklusiven Multiplayer-Maps sehen, wie neu rauskommt im DLC. Ne, interessiert mich ja nicht. Der fährt scheiße aus. Ach! So, liebe Zuschauer und Gänsehautfenster, da war jetzt keine negative Äußerung gegen dieses Spiel. Ja, spielst du total klasse. Ja, es ist total klasse, äh, ich spiel's jeden Tag. Zu verbrennen geht das gut ab. Ach, da kommt der aber, das stimmt. Kein Problem! Team! Wo sind sie denn? Thomas, dann machst du, hab ich gehört. Jo, gut, ne, da. Gut, ciao. Da, 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 da! Bup, 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 bup! A-Strike-Horin, A-Strike-Horin! 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 o nein, controls... ...movements! Ne, brauch ich gar nicht. Controls, actions! Was hat das alles ergeben? A-Look? R-Look-up? Ok! Ey! Was ist jetzt? Kann sein. das kann sein ich hab alles eingestellt, ich konnte noch nie lesen Aua man ich hab immer schon zu Ende wer hat mich daran geschossen? uah uah ich bin hier nicht mehr piep hallo hallo ich bin tot, aber hey, ich hab alle gemessert Thomas, wo ist hier Nummer 3 zum Waffenwechseln äh, 1, 2 so, dann mach mal hier deinen neuen Key hier zum Ready und so ja, hier Dings immer noch Press Unbound dann drück doch mal den Key, den du geboundet hast gebeindet hast hab ich doch schon überall hm hm Be aware, Tango is reported to have C4 strapped to their chest KITARATU! 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 Boah, ich kann sagen, du bist ein Problem hier irgendwie ich brauche gleich mal eine bessere Waffe KITARATU! 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 WAH! KITARATU! Na da bin ich dran Heid, wir sind jetzt livestream ich ein kläuer D relaxed Stellung gekauft, ich bin so blöd. Moment. Schau mal was. Ich bin gerade mit dem Kontrolle gemeint, scheiße. Ich war gerade so hilflos, ich musste irgendjemanden dafür auch verantwortlich machen. Ui ui ui, Attack Dogs, oh oh oh. Knacks. Knacks. Spoon. All hostile forces in the area have been neutralized. Ja. So Thomas, tut mal Unbound. Ja, mach recht. Scheiße. Jetzt können wir mal 20 Sekunden warten. Ist das eine Scheiße. Nein, ich bin hier ganz einfach da rum. Warte. Warte sind bei dir, F5. Ach so. Gute Frage. Warte. Ja, das fang nicht auf. Next Wave. Ist gehört? Ja, guck ruhig weiter, ich mach den kaputt. Next Wave, ja. Ja. Das war schlecht. Ja, Thomas. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Ich komm, warte. Warte. Du bist ein bisschen gefangen. Ich hab ein bisschen geworfen. Ja, ich fang erst. Wow, Alter! Ey, guck doch. Ey, mein sag F5. Ich guck dir die Option durch. Ich schick alles klar, Alter. Hast du jetzt drinnen das Ding oder was? Wie? Äh, bei... Actions ganz unten. Doch. Warum? Alter. Kein Plan. No objective score, Knight Lütten, Stopwatch. Und was? Ah, letztes. Stome. AAAAAAAH! Kommst du hin? Ah, jetzt haben sie schon die AK-47. Sehr gut. Ah, ich bin Lambo. Ich kann niemals töten. Oh, ich bin weg. Jetzt habe ich schlecht. Ey! Wieso bist du tot, Thomas? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott, da ist er von PSG. Alter! Fick, äh... Ich hab nach oben, wenn ich mich nicht drüben hab. Oder, äh... Oder wenn ich mich... Ich hab die ganze Zeit gedrückt hab. Kann auch alles sein. Alter! Ah, ich war da irgendwo in einer AK. Wo ist die AK? Wo ist die AK? Ja, da ist die AK. Wer... Wer ist jetzt? Mal angucken, wo wir wirklich gesehen. Alter, wussten die jetzt die Scheiß... Ach, da. Ich steh direkt davor. Thomas, such doch mal 5. Mase, ruhig da! Na... Wohrin! So! Ah! Am такой ja nicht zu nehmen? Aye, wie geht's hier! Das Ding hat gar nichts mehr. Äh, da. Ist die im Haus oder was? Ja, ja. Don't fuck with me. Kann man hier auch mehrere Kilometer Gäste nicht kaufen, oder ist das auch nur auf einen Slot begrenzt wie auf PS5? Ja, das ist auch nur begrenzt. Gut, wenn du jetzt die fette Tastenkombination F-U-C-K eingibst, ja, dann hast du alles. Da hast du endlich viele Slots. Das ist ja nix. Nein! Hab die Hauskappe der Gedeckt? Ja. Das ist eine Predator dafür. Verspricht. Geld. Da sind noch mehr. Hallo. Okay. Wer geht's hier? Wer geht's hier? Wer geht's hier? Oh. Oh. Voll in der Arsch. Wo bist du denn? Hallo. Hier nicht. Hallo. Ja, we got you. Schrei nicht so rum, Thomas. Das ist unbounce. Das ist aber komisch. Wieso hast du das nicht in den Options? Vielleicht ist das nur für den Host. Ja, klar. Deswegen steht auch Waiting on another player. Weiß ich? Hab mal. Kommt noch mal nach. Also, Controls, Movement, oder Actions? Actions. Reloads, Steals, Crack Grenade, bla bla bla. Nö. Wie schlecht. Ist nirgends. ob's die UMPs ja auch so immer erwähnen? Nein. Komm, Os. was hast du gemacht? Ja, bitte. Beziehungsweise was hast du nicht gemacht? Wer schießt denn da wie so bekloppt? Ich renne erst mal weg. Ich muss da nur lachen. Mann, Thomas. Wie ist der Kalt? Leck. Sag mal mal kurz wie oft bist du gestorben? 3 bis jetzt? 3 bis jetzt? 3 bis jetzt? Meine. Und die Parts werden immer kleiner und kleiner. Ja, nochmal ein bisschen die Granaten auffrischen. Ah, wo war Claymores? Verschanzen wir uns mal ein bisschen. Was? Hast du auch ein Ding ins? Ja, gut. Dann warte erst bis sie unten sind und deine ganze. Brauchen wir einen Schluss. Ja, aber so. Warten zusammen bei uns sind. Einen ist weg. Mach's an anderen. Mach! Der kommt rein! Nein! Nee, jetzt warst du nicht. Wir müssen raus. Ah, super. Erst bei uns. Raus, raus. Ich hab hier ne Claymore liegen. Wo ist er denn? Was denn rauskommt? Was denn rauskommt? Was denn rauskommt? Was denn rauskommt? Boah, neue Maps freigeschaltet, die Kirche noch gar nicht. Ja, ey, mach's. Für sich, keine Ahnung. Tier 2 Offside. Doch. Ja, äh, Dom? Ey, Dom mal, du bist gut da. Level 8. Toll. Egal, rüber nochmal, Muni. SJ... Schon wieder weg. Ich Alto'- USC Ferwer, London! Ich hör mir hier für Afghanistan auf den zweiten Tag. Ja. Flügel locked an! Lass ruhig hinkommen, mach' nochmal. Boom! Bam! Alta! Meine Fresse! die kommen da hat er ich bin eben popo geschlossen ja komm 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 hallo ach stimmt ich wollte ja noch eine prailer holen F5 drücken lohnt es ja sowieso nicht tut mir leid ich bin auch nicht dafür ich habe jetzt alles vergeben was ich vergeben mache ich kann nochmal reset controls drücken was gehört hochs Ziel gekommen ja ich habe auch nicht gehabt ja scheiße ah ich habe auch nicht gehabt ich habe auch nicht gehabt ich habe auch nicht gehabt ja scheiße er liegt immer noch ja es tut schon links haben wir schon links dass sich da anschließen knapp zehn Minuten bis dahin noch schaffen Leeg Baps Nee, ich hab immer noch Chris anbauen Immer noch Chris anbauen Also trotzdem mal 5 drücken Ansonsten mussten wir vielleicht mal an der Indie da gucken, dann ist jetzt auch egal Ursch die Heißt die, ey Die können halt rausschneiden Oh Mann Alter Ich komme Wenn ich nicht vorher auch sterbe Ich musste mal so ein Suisse So ein Gefallen zu Halt Alter Nachladen Warum nicht zu lange Check your fire Check your fire Check your fire Wut 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 In Darwوا Wut 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 jaja als die Fresse denn es sind das gibt es schon ein paar msr das ist die Skogen die anderen coolen Kiddies nur die Gruppe ich bin der Hartz-Gruppe Hartz-Gloß Koper Prozent so mit Geduld ja hallo Ja, zwei Lenkungen, das geht so an so nix. Uua! Ihr Schrocken! Hä? Ach, ich dachte. Da kann ich noch ein bisschen tun. Ich bin gerade verwirrt. Komm jetzt raus, Thomas. Also, wieso kommen Ani rumen zu mir, ja? Habt ihr lecker lieber? Ich hab ihn eigentlich schon selber gegessen. Thomas! Fast nicht. Komma! Hey, hoffen wir so tief! Hahahaha! Dann hol ich erstmal wieder Muni. Ja, zahre ich, eh, werde 20, eh, locker flockig. Locker flockig. Bitte? Ja. Ich hab ja meins noch. Obwohl, ich könnte Armor holen. Ja, ja. Wo die ist immer so schnell weg? Ach ne, gibt's ja eh gar nicht. Ach, egal. Scheiß drauf! So, ich geh da mal campen. Oh nein! Hast du noch einen Crater? Oh oh! Ja, mach schnell. Ich kann ihn holen. Mach den, ne. Mach einen schon mal weg. Aaaaah! Anderseits. Jaaa! Scheiße! Mach den Ding wieder zu! Jaaa! Scheiße! Mach den Ding wieder zu! Warte! Warte! Alter! Ich komm! Ich komm! Bombs! Yeah! Den Jonak geile Saum. Ich meine Applaus. Ja! 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 Predator Missile ready for deployment! Auf dem, auf der PS3, wo es noch nicht gepatcht wurde, ähm, hat der erste Juggler auf der Map immer einen Sniper fallen lassen. Ja! Ja! Ja, jetzt wird's langsam... Ich meine übliche... 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 Sniper-Position... Äh, äh... Camper-Position. Liga! Nein, der Camper da draußen ist perfekt. Oh, ich kenne den. Ach ja! Oh, 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 oh! Komm mal zu dir! Ah, Granate! Ja, ja, genau. What? Drei Stück! Oh, FAD! Oh, ich habe FAD! Oh, ich habe FAD! Ich habe auch FAD! Ja! Ich habe FAD! Ich habe FAD! 12! What? Warte mal! Ja! Hast du ihn? Jetzt will ich die Ruhe... Ah! Gott, ey! Ich will Marathon Pro haben! Scheiß Sprinterei hier! Ja, hab ich noch Granaten? Äh, brauch ich nicht! Für Clemos! Oh ja, Bodyarm machen wir auch noch hin! Ja! Ja! Komm mal zu dich! Ah, mein Gott! Was? Enemy Claymoors? Ah ja, die legen Claymoors! Die geht nach! Kriegst du noch mal was? Was? Oh boah! Beklar! Oh ja! Oh ja! Hey, wir geht' Ich bin der Fall. Ah, nein, ich bin der Fall. das ist eine Minute von 40 wir versuchen zwar bis eine Welle von 25 ja ich mach ein paar so Zwischendinger schneide ich raus und da mach ich so ein fettes so Dark Knight Bass Sound so lange nicht die ganzen lustigen Stellen wo ich meine naja wer ist da ja auch noch lustiges weißt du doch nicht AAAAAA wo bist du? NEIN NEIN das ist nun schweine danke NEIN doch maas da kommt einer da ist einer warum hängt er denn mal in den 5ten Moment yes dann ziehen wir doch eine Scheibe party vorweg maxi ziehen wir doch nicht so das muss man den fucking Hedeln nur abknallen wuuu ja 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 das ist mein Airstrike immer jetzt schön im Haus kämen hehehe komm mal mit AAAAAA die liegt gleich in der Clemo neben mir ja grad 25 dann die sind die die drinnen reken das war n zwei t vor mal weg, mal weg mal weg, mal weg noch mal aus, nein nein ja nein nein scheisse scheiss gar nicht naja, gut ja, das war's noch schön aufgelevelt von 3 und 4 auf 11 und 9 ich schau nicht schnell ja, ja, ja ja, ja, ja ja, ich auch das ist wahrscheinlich auch nur, weil wir uns an der Steuerung noch nicht gewinnt haben und Thomas nicht F5 drucken konnte ja, ja, wir hoffen euch hat's gefallen und äh, postet fleißig und pushen Views ein bisschen hoch und so und Facebook liken und was gibt noch alles ja, egal ja, dann äh, bis zum nächsten Mal und da rein tschau alles klar, tschüssi ja, ja ja, ja, ja ja, ja ja, ja